und jetzt mit ansage alter mit ansage so leute ich bin es der marcus vom kanal gamecorp und heute spiele ich schon wieder eine runde battlefield 3 oder nice leute nice wie ich den gesnipet habe alter weiter geht's erstmal repetieren und weiter geht's den habe ich auch bekommen ist ja voll nice mit der sniper ich bleibe glaube ich nein ich bleibe nicht bei der sniper ich bleibe bei der sniper und ich werde schon beschossen leider ein kill leute das ist der trick auf nur scherkanäle wenn ihr das hier unten hin packt dann spawnt ihr immer wieder so den habe ich sogar mit einem schuss tötet egal wo man trifft alter ist so geil oh leute habt ihr das gesehen alter das war so schnell man das ist ja so geil hier oben jawoll und den habe ich auch geholt aber jetzt bin ich leider gestorben müssen wir leider wieder ein spawn back hinsetzen da haben wir einen jawohl aber irgendwann irgendwann müssen die sich aber auch mal aufregen oder natürlich natürlich schmeißt da jemand seine gezielte granate hoch lol habt ihr das gerade gesehen nein nein das wäre so geil gekommen oh das ist so geil alter was ich hier abziehe alter das ist so geil wenn man mit einem schuss tötet alter haha no scopes for the win alter ist richtig komisch ohne fadenkreuzen no scope zu machen ja wohl jawoll 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 nein voll verkackt alter ich weiß nicht warum aber ich muss irgendwie springen also ich will springen lol wie das aussah alter wie das aussah man hat so meine füße gesehen also mir ist ja egal ob es nur am pc geht oder nicht aber lol wie ich sogar noch über seine leiche gesprungen bin und da habe ich einen laser pointer an meiner fresse gesehen mehr aber leider auch nicht nice ach man ey halt der mit der snipe ist es so geil lol ah ein service da mit der m4 0 a5 lol oh alter läuft bei dir alter läuft bei dir ja denkst du bist schnell ne denkst du bist schneller sniper bist aber nett und jetzt mit ansage alter mit ansage leute wir haben die runde gewonnen ich hoffe immer dass wir euch gefallen dann lasst eine bewertung da ein abo wäre auch nice und dann sehen wir uns im nächsten video tschau 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 Bis zum nächsten Mal.